Ryan Reynolds auf dem Weg zu einem PR-Termin in New York. Aber bitte, warum denn so ein böser Blick? Eigentlich hätte der Schauspieler ja allen Grund zur Freude, denn seit Dezember ist er ja bekanntlich Papa. Aber genau das könnte dem Hollywood-Star gerade wirklich zu schaffen machen. Denn wenn man genau hinschaut, sieht Ryan ziemlich müde und abgekämpft aus. Augenringe inklusive. Das Vatersein zwischen Windeln wechseln und Baby-Geschrei scheint seine Spuren zu hinterlassen. Aber nicht nur der Design ist anstrengend. Auch Blake Leifly sieht auf dem aktuellen Posting ihres Instagram-Accounts, übrigens hier zusammen mit Designer Mario Testino, etwas erschöpft aus. Aber eben auch strahlend schön und glücklich. Der Name der Tochter ist übrigens streng geheim. Nur eins ist bei diesen Bildern sicher. Viel Schlaf gibt es derzeit für das Schauspielerpaar nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017